80 bis 100 Bewerbungen hat der BFC gesichtet. Am Ende fiel die Wahl auf Dirk Kunert. Auf den neuen Coach wartete gleich eine schwere Aufgabe. Es ging gegen den Tabellenvierten, den SV Babelsberg. Das Team von Markus Ziesche top drauf, aber sie standen auch vor einem kleinen Rätsel. Denn der Gegner mit neuem Trainer an der Seitenlinie, während der Ex noch etwas von den Fans mitbekam. Der BFC zu Beginn auch etwas nervös. Babelsberg auswärts bislang vier Punkte geholt. Das ist Steinborn in der elften Minute in seinem 120. Pflichtspiel für die 0-3er Matthias Steinborn. Mit dem ersten Abschluss in dieser Partie, aber Leon Bethke auf dem Posten. Nur vier Minuten später. Der BFC tastete sich leicht rein in die Partie. Die Usan, der rutscht in die Startformation zum ersten Mal in dieser Saison. Dadaschow, gute Bewegung. Schuss wird geblockt von Siebeck. Vor die Füße von Stockinger. Der BFC beim Kunert-Debüt brutal effektiv. Der erste Torschuss für die Weinrot-Weißen. Ein Start, wie ihn sich Dirk Kunert gewünscht hat. Stockinger, während wir hier nochmal Dadaschow sehen, vom Gesäß von Siebeck. Mustergültig auf den Fuß von Stockinger, der im Sommer von Drittliga-Absteiger Bayreuth kam. Hier eiskalt macht sein zweites Saisontor. Klatte liegt dann schon auf dem Boden und hat keine Möglichkeit mehr, das Ding noch zu parieren. Danach passierte eine ganze Weile nichts. Großchancen, Mangelware. 44. Nochmal. Das ist Susek. Susek! Zieht da einfach mal ab. Zweiter Startelf-Einsatz in dieser Saison für Patrick Susek. Da fehlte wirklich nicht viel. Und kurz vor dem Pausenpfiff nochmal die Nachspielzeit. Susek, alle rechnen mit der Hereingabe. Denkste! Er versucht es direkt, der 23-Jährige. Das Schlitzohr in dieser Situation. Damit hatte nicht mal Keeper Luis Klatte gerechnet. Man sieht es auch an seinem Gesichtsausdruck. Er ist froh, dass dieser Ball nicht reinging. Mit dem Ergebnis konnte er zufrieden sein. Und Markus Ziesche vom SV Babelsberg 0-3. Im Gegensatz zu ihren Fans brannten die 0-3er noch kein Feuerwerk ab. Die Partie brauchte auch in Durchgang 2 ein bisschen Anlaufzeit. 65. Werbelow. Der kam in die Partie mit der Flanke auf den Kopf von Steinborn. Zwölf Jahre in der Jugend beim BFC gewesen und vor zwei Jahren Meister mit den Berlinern geworden. Danach wurde es wieder etwas aufregender. McMorri Hüther, 66. Minute auf den eingewechselten Suljic. Der treibt den Ball nach vorne. Abspiel vielleicht etwas zu spät. Stockinger! Und dann ein Riesenreflex von Luis Klatte. Der zeigt, warum er einer der besten Keeper der Liga ist. Suljic die Augen groß verpasst. Im perfekten Zeitpunkt. Stockinger muss sich drehen. Macht das aber gut mit dieser Pirouette. Aber Luis Klatte mit einer herausragenden Parade bewahrt die 0-3er vor der Vorentscheidung. 72. Suljic dann wieder in Aktion. Suljic, Klatte und zum Zweiten. Aber dann ist es Zeiger. Sie warfen sich in alles rein. Der BFC wollte die Vorentscheidung. Aber Babelsberg wehrte sich noch und blieb im Spiel. 79. Minute. McMorri Hüther mit diesem klasse Ball. Suljic alleine vor Klatte will nochmal abspielen. Und dann ist es eine Riesenrettungstat von Janne Sietan. Amor Suljic ist hier nicht egoistisch genug. Will auf Dadaschow ablegen. Und er sagt dann, hey, warum machst du das nicht selber? Eder kommt da auch dazu. Da muss er den Egoisten in sich finden. Amor Suljic macht hier Janne Sietan kurz zum Helden. Schlussphase. 87. Minute von Babelsberg kam extrem wenig. Sie machten auf und der BFC konnte kontern. Dadaschow auf Stockinger. An die Latte. Suljic, Klatte, Suljic zum Zweiten. Und dann ist das Ding drin. Die Entscheidung in dieser Partie. Der BFC in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. Zwei Siege, ein Remis. Und die Fans wussten, es wird der dritte Erfolg im Sportforum in dieser Saison. Stockinger, der Kopf ist oben. Der hat eine Idee. Dann packt er die ganz feine Klinge aus. Klatte streckt sich. Aber die Latte ist in dieser Situation noch im Weg. Dann ist er ganz schnell oben. Pariert klasse gegen Suljic. Nur beim zweiten Ding hat er dann einfach keine Chance mehr. Der zweite Saisontor von Amar Suljic. Der hatte am ersten Spieltag gegen Zwickau beim 3 zu 0 Erfolg getroffen. Ein gutes Händchen von Neutrainer Dirk Kunert, der den Torschützen zum 2 zu 0 einwechselte. Und Gentschel wusste auch, das war's. Und was dem BFC dieser Erfolg bedeutete, das konnte man an den Emotionen von Eder und Co. sehen. Aber Schluss war noch nicht. Erste Minute der Nachspielzeit. Babelsberg hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen. Kung-Fu-Tritt von Sietan geht ins Leere. Dardaschow findet Suljic Doppelpack. Und jetzt machten sie es auch nochmal richtig deutlich. Amar Suljic in seiner zweiten Saison für den BFC Dynamo. Und Dirk Kunert, ja da konnte er lächeln. Der Einstand ist geglückt. Dardaschow mit der guten Übersicht. Und dann ist Klatte chancenlos bei diesem Abschluss von Amar Suljic. Und wir gucken gleich nochmal hin in der Superzeitlupe. Da sieht man nochmal, wie eiskalt rufert Dardaschow. Der Top-Tor-Jäger der Berliner ist hier. Sietan ganz weit oben das Bein. Aber Dardaschow, der zuckt nicht mal. Mensch, der hat Eis in seinen Venen. Und dann diese mustergültige Vorlage auf Amar Suljic. Und der wusste auch, bei wem er sich zu bedanken hat. Der BFC gewinnt beim Debüt von Dirk Kunert mit 3 zu 0. Und danach die Hände in den Himmel von Dirk Kunert. Er umarmte danach alle. Die Freude war ihm im Gesicht abzulesen. Er erklärte auch, wie er es innerhalb von 3,5 Tagen schaffte, die Mannschaft auf dieses Top-Spiel einzustimmen. Ich habe ihm erstmal gesagt, dass ich richtig brenne und dass ich das von den Jungs genauso abfordere. Aber das brauchte ich nicht, weil ich in die Augen geguckt habe und die Jungs auch heiß waren. Dass wir heute das Spiel einfach für uns entscheiden müssen. Die Fans unbedingt mitnehmen müssen. Erstes Spiel nach den ganzen Turbulenzen. Es ist wichtig, dass wir das Spiel einfach ziehen. Und natürlich habe ich gesagt, das Gute ist, dass ein Top-Gegner kommt, nicht einer von unten. Und wir noch an den Jungs vorbeikommen können. Und die Jungs haben es top umgesetzt. Wir haben fleischig gearbeitet. Es gab sehr viel Spielformen im Training. Auch der Trainer wollte uns seine Philosophie geben, wie wir eigentlich in das Spiel angehen sollen. Aber wie gesagt, heute hat man wirklich gesehen, jeder hat das super angenommen. Jeder hat das wirklich alles umgesetzt, was der Trainer von uns wollte. Aber ich will mal sagen, das ist aufbauffähig. Wir können noch besser spielen. Wir werden noch besser spielen auf jeden Fall. Wir waren heute auch in der ersten Halbzeit schon so viele Fehler gemacht. Und auch die Spieler haben ihre Qualitäten und sie haben sie heute nicht auf den Platz bekommen. Und das muss man einfach dann auch sagen, es hat dann auch in allererster Linie gar nichts mit dem Gegner zu tun gehabt. Sondern es hat mit der Überzeugung, mit dem Selbstverständnis, dann auch auswärts so zu spielen und mutig zu sein und selbstbewusst zu sein. Und ja, ist natürlich auch immer ein Hexenkessel hier. Vielleicht haben sich auch dadurch die einige Spieler auch irgendwie beeinflussen lassen. Aber wir haben zu wenig in Normalform gehabt heute. Und deswegen geht die Niederlage auch leider in Ordnung. Der BFC will aufsteigen und ist auf Kurs. Und schauen Sie mal, was dieser Sieg für Tobias Stockinger bedeutete. Der trete richtig frei und freute sich wie ein kleines Kind. Der BFC zieht am SV Babelsberg 0-3 in der Tabelle vorbei.